So, herzlich willkommen zu einem kleinen Berechnungsbeispiel zur Bewertung von Geräuschen nach T-Alärm. Wir haben eine ganz einfache Situation. Wir haben eine Schallquelle und einen maßgeblichen Emissionsort. Die beiden Punkte liegen zwei Meter von der Lagerhalle entfernt. Das betrifft jetzt die Schallquelle. Sie weisen einen Abstand von 30 Metern untereinander auf und beides soll in einem Mischgebiet liegen. Das spielt dann später eine Rolle, wenn wir das emissionsrechtlich bewerten möchten. Die Schallleistungspegel der Quelle unter Teillast 80 Dezibel, das Ganze 10 Stunden pro Tag und zwar nur tagsüber und unter Volllast ein Schallleistungspegel von 95 Dezibel an 2 Stunden tagsüber. Quelle und Emissionsort befinden sich jeweils 2 Meter über dem Gelände. Weitere Quellen sind nicht vorhanden, Vorbelastung als 0 dB vorgegeben. Und wichtig für die Bewertung, die Quelle ist nicht gerichtet und weist unter Volllast eine leichte Tonhaltigkeit auf. So, was sollen wir tun? Was sind die Aufgaben? Die erste Aufgabe natürlich berechnen Sie den Beurteilungspegel am maßgeblichen Emissionsort, bewerten Sie das und nennen Sie Möglichkeiten, den Beurteilungspegel zu reduzieren. So, wie sieht die Vorgehensweise für die erste Teilaufgabe, die Berechnung des Beurteilungspegels aus? Wir müssen zunächst den Schalldruckpegel am Emissionsort berechnen, vergeben dann entsprechend Zuschläge und errechnen den Mittelungspegel, den gewichteten Mittelungspegel, das heißt den Beurteilungspegel am Emissionsort. Schallausbreitungsberechnung im Freien. Dazu gab es ja schon ein kleines Lehrvideo. Das Ganze lässt sich relativ stark vereinfachen. Wir haben zum einen immer die Ausbreitungsdämpfung, die sich berechnet aus 20 mal Logarithmus des Abstands plus 11 dB. In unserem Beispiel erhalten wir eine geometrische Ausbreitungsdämpfung von 40,5 Dezibel. Dann haben wir natürlich das Richtwirkungsmaß, die Richtwirkungskorrekturen. Da wir keine gerichtete Schallquelle haben, beträgt die Korrektur DI 0 Dezibel. Und da sich die Schallquelle an zwei reflektierenden Oberflächen, das ist der Boden und die Hallenwand, befindet, ein Zuschlag von 6 dB als Richtwirkungskorrektur D Omega. Weitere relevante Dämpfungen haben wir hier nicht. Das heißt, der Schalldruckpegel lässt sich berechnen aus dem Schallleistungspegel zuzüglich Richtwirkungskorrektur abzüglich der Dämpfungen. So, berechnen wir das. Für Teillast ergibt sich dann ein Schalldruckpegel von 45,5 Dezibel am Emissionsort und unter Volllast entsprechend ein Schalldruckpegel von 60,5 Dezibel. Die zweite Teilaufgabe besteht jetzt darin, die Korrekturen zu berechnen. Da wir uns in einem Mischgebiet befinden, sind nach T-Alerm keine Zuschläge für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit anzusetzen. Aber wir haben einen Zuschlag für leichte Tonhaltigkeit, da die Quelle unter Volllast eine leichte Tonhaltigkeit aufweist und wir wählen dann die erste Stufe des Zuschlags plus 3 dB. So, das heißt, wir können jetzt daraus den Beurteilungspegel entsprechend berechnen. Wir haben die Formel Beurteilungspegel 10 mal Logarithmus 1 durch 16. 16 ist die gesamte Beurteilungszeit nach T-Alerm für den Tagzeitraum. Multipliziert mit 10 Stunden Teillast mal 10 hoch 0,1 mal Schalldruckpegel, das sind die 45,5 dB, plus 2 Stunden Volllast, 2 mal 10 hoch 0,1 mal 60,5 und jetzt plus 3 dB für die leichte Tonhaltigkeit. Das ergibt einen Beurteilungspegel von 54,8 oder gerundet 55 dB. Als nächstes können wir jetzt anhand des Beurteilungspegels die emissionsrechtliche Zulässigkeit bewerten. Der Emissionsrichtwert beträgt tagsüber 60 dB im Mischgebiet und unser Beurteilungspegel mit 55 dB liegt natürlich deutlich unter dem zulässigen Emissionsrichtwert. Das heißt, für diese Schallquelle unter den genannten Voraussetzungen wäre das emissionsrechtlich zulässig. Und als letzter Schritt überlegen wir, welche Möglichkeiten zur Reduzierung des Beurteilungspegels bestehen. Zum einen haben wir natürlich die Möglichkeit, die Laufzeiten der Maschine zu reduzieren. Wir können versuchen, die Tonhaltigkeit auszuschließen, zu vermeiden oder das Ganze einhausen bzw. eine Lärmschutzwand entsprechend aufstellen. Daneben gibt es natürlich auch eine Reihe weiterer möglicher Reduzierungen des Beurteilungspegels. Und das ist algo, die wir sehen, weil ich mich nicht natürlich lipscheif 호f sind, weil innerhalb des Beurteilungspegels sind, wie wir sehen, dass die Laufz Raum einhaut ist. Vielen Dank.